Moin und hallo und willkommen zurück zu Banished. Wir haben Winter, Spätwinter. Mal gucken, wie es aussieht hier. Leute, haben wir nicht mehr so viele. 14 Stück nur noch. Ich hätte ja gerne ein paar neue Nomaden. Trading. Ja, müssen wir mal gucken. Mal schauen. Wenn sich noch was tut. Ist gut, wenn nicht, dann wird es schwierig. Mal gucken. Im Friedhof haben auch schon ein paar Leute. Schauen wir mal. Bleiben auch keine Leute mehr drin? Nee. Ich hoffe, nur mit dem Essen klappt das hier, weil ich muss ein paar Felder zumachen. Damit hier die Arbeiter die wichtigen Posten da reinnehmen dann. Werkser wird dann produziert, das ist gut. Holz auch. Ja, oder weniger. Wie sieht das aus? Ja, kein Feuerholz mehr. Das ist schlecht. Steine haben wir genug. Holz haben wir nicht wirklich viele. Das ist ein Problem. Müssen wir mal gucken. Eisen habe ich auch ein bisschen was, glaube ich. Ach, das ist Eisen. Das ist kein Holz. Äh, kein Stein. Holz, Stein, Eisen. Alles klar. Dann ist das hier alles Eisen. Macht Sinn. Das sieht man ja hier auch. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Einwohner. Das wäre nicht schlecht hier, weil ich will noch ein paar Jobs, äh, belegen. 24 Grad fahrenheit, denke ich mal, weil ich glaube nicht, dass es gerade 10 ist. Das ist ein bisschen, ein bisschen sehr warm. Die sind hier noch am Sammeln, ne? Ja, wie sieht denn das Förster-technisch aus? Habe ich da nicht schon mehr reingepackt? Ist nur noch einer drinne. Ach, ist einer gestorben, ne? Ja, das ist ein Problem. Wo könnte ich denn noch wen wegnehmen? Ein Jäger? Ne, Jäger muss ich drinnen lassen. Was haben wir hier drinnen? Das ist auch Essen. Das ist ein Problem. Wenn ich dich rausnehmen würde, dann, äh, hm. Hm, 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 hm. Gute Frage. Arzt und sowas müssen wir eigentlich auch drinnen lassen. Lehrer, das ist, äh, schwierig. Ich muss irgendwen rausnehmen. Wir brauchen, wir brauchen mehr Holz. Wir müssen mehr Holz rankriegen hier. Das ist ein Problem. Ja, komm, dann muss ich das hier ausmachen. Ups. Äh, was war das jetzt hier? Ach so, vier können da arbeiten. Dann nehmen die aber raus. Null. Und dafür müssen wir hier einen raussetzen. Ich brauch zwei. Wir brauchen... Holz. Also, müsst ihr Holz fällen. So, machen wir das. Das ist wichtig. Ich hoffe, das sind meine Studenten hier, beziehungsweise meine, äh, ja doch, dass die uns sind. Das sind ja zwei Kinder, vier Studenten, vierzehn Erwachsene. Die sind jetzt nicht mehr viel. Ich glaube, wir sind mit 18 gestartet, über 20. Bin mir nicht mehr sicher. Das lief ganz gut und dann ging es steil bergab. Und jetzt muss ich gucken, dass hier etwas läuft. Dadurch, dass ich jetzt immer nicht genug Leute habe hier, ist es ein bisschen schwierig. Wo gehst du hin? Kann ich dich anklicken? Du bist educated und du gehst... Keine Ahnung, wo du hingehst. Ach so, du wolltest was zu essen. Okay. Tja, denn... Jetzt geht es in den Frühling. Wir brauchen echt mehr Leute. Das ist echt ein Problem. Wenn das hier nichts wird, muss ich mal gucken, ob ich dann bis zum bitteren Ende spiele. Weil das wird dann ein bisschen öde, ein bisschen langweilig fürchte ich. Oder ob ich dann nochmal von vorne anfange. Hier hat einer was nicht weggeräumt. Äh... Wo war denn, äh... Jetzt gucke ich schnell durcheinander hier. Das gibt es doch gar nicht. The Harvest Trees? Nein. Guck mal, wo ist sowas. Kommt das dann da weg? Wahrscheinlich ist es schon gammelig oder sowas. Existiert schon gar nicht mehr. Da ist kalt, weil... Wir haben kein Feuerholz mehr. Aber ich hoffe, es kommt jetzt demnächst wieder was rein hier. Da wird noch was gehackt. Das ist gut. Ah, Sterne sind leider auch untergegangen. Ich glaube, wir hatten viereinhalb oder so. Wir sind runter auf drei. Du weißt... Naja, es geht. Und Herzchen, Gesundheit sind wir bei vier. Ich meine, das war auch mal höher. Aber es kommen ja auch keine Nomaden vorbei, ne? Ich glaube, einmal hatten wir Nomaden hier fünf Stück oder so und dann war es das. Der Händler lässt sich auch nicht mehr blicken schon seit einem Jahr nicht mehr. Wahrscheinlich, weil wir keine tollen Angebote hatten. Das ist ein bisschen schade. Schauen wir mal. Hier wird noch was zum Markt gebracht. Jetzt habe ich da schon so einen schönen Weg gebaut und nehme mal für die Abkürzung. Quer über den Rasen. Das gibt es noch gar nicht hier. Mann, Mann, Mann. Ja, die gehen, glaube ich, auf den Marktplatz alle? Oder gehen die... Da geht wer weg? Da gehen mehrere weg. Ja, die gehen alle zum Marktplatz hier. Okay. Ist hier ein Regerbetrieb, hier auf dem Marktplatz, war? Wo bringst du diese Sachen hin? Du bringst sie bestimmt zur Kirche, oder? Wobei, eigentlich haben wir da schon alles voll. Alles weggeräumt, Holz ist da. Ne, Stein fehlt noch. Okay. Dann bringst du Stein mit, alles klar. Gut, Katha ist gestorben. Das ist schlecht. Und es gehen langsam die Leute aus. Wir haben echt ein Problem. Wir haben eine Riesenbude hier und, äh, ja. Ja, wen mache ich denn jetzt hier raus? Das ist ein Problem. Das wird langsam nichts mehr. Das wird langsam nichts mehr, fürchte ich. Ich habe keine Leute mehr, um die zu ersetzen hier. Das ist ein Problem. Da muss ich schon wieder... Ja, muss ich beim Förster einen rausnehmen. Das ist ein Problem. Die muss ich auf eins wieder runtersetzen. Dann müsstest du gleich wieder voll werden. Tja, und die Kinder werden auch nicht erwachsen. Das ist nicht gut, nicht gut. Schau mal, hier wird noch gearbeitet. Wir sind schon alles vorbereitet, jetzt die ganzen Felder wieder für den Sommer. Da ist auch schneller kalt, die Hütte. Ja, wir haben kein Feuerholz. Das ist echt ein Problem. Ich glaube, ich bin zu schnell gestartet. Das war ein bisschen zu viel. Das war nicht so gut. Ich hätte mir so früh was überlegt hier. Aber, das sieht wohl schlecht aus. Die sind hier auch noch am Arbeiten. Oh, die habt ihr auch ganz schön weit weggeschickt, die Jungs. Das sind ziemlich weite Wege. Ich weiß noch nicht genau. Die haben eigentlich einen anderen Job hier. Die haben eigentlich einen anderen Job. Ja, das ist ein Problem. Die machen ihre Arbeit oder können ihre Arbeit nicht machen, weil sie jetzt andere Sachen machen müssen. Sonst kommt hier keiner hin, oder was? Ach, muss ich jetzt wieder aktivieren? Okay. Hab ich nicht gesehen. Tja. Ja, das Problem ist, wenn jetzt noch einer wegstippt, dann ist echt Feierabend hier. Wenn wir die alle wieder zurückkriegen würden, dann wären wir gerade so wieder wie am Anfang. Aber ich krieg die ganzen Gebäude hier auch noch nicht voll. Das ist echt ein Problem. Ich schau mal, wie es aussieht. Mal gucken. Wenn ich das Gefühl hab, das wird so nix, dann muss ich aufhören. Oh, dann hör ich besser auf, als wenn ich das versuche, hier irgendwie noch in die Länge zu ziehen hier. Das macht mir dann auch keinen Spaß, sonst wäre das ein bisschen blöde. Das wäre das auch nicht besser hier. Oh, da wächst schon was. Wir sind hier am Arbeiten. Teller. Farmer, nicht educated. Okay. Hast du gar keinen Vornamen? Nee, ne? Nicht so was. Holzreserven sind wieder niedrig. Ja, ich weiß. Wir brauchen eigentlich viel mehr Holz. Müssen mal schauen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt sind hier noch ein Busel. Da sind noch welche. Da geht einer zur Schule. Die bringe ich noch Eisen wahrscheinlich weg hier. Ja, mit Eisen kann ich mich echt nicht beklagen. 107, das sind immer mehr Eisen. Stein geht so. Könnte aber besser sein. Da ist auch noch komplett Eisen zum abbauen. Beziehungsweise abholen. Tja. Ich hätte ja gerne noch einen Barkeeper und so hier reingebastelt, aber das tut ja auch nichts, ne? Da gibt es wieder was zum Markt. Wie sehen eigentlich unsere Bestände aus? Boah, geht eigentlich, ne? Das sieht ganz gut aus von allem, was da auf dem Markt. Aber wir haben nicht so viele Leute hier. Wo sind denn die anderen? Da wird Holz gehackt. Das Feld sieht schon gut aus. Das andere Feld ist auch schon bearbeitet hier. Das sieht man fast gar nicht. Nein, das läuft schon ganz gut. Essen haben wir ein bisschen was. Kräuter sind das hier? Ja, Medizin haben wir 172, das ist okay. Jacken haben wir 15, könnten ruhig mehr sein, ne? Befälle haben wir auch nur 14. Kein Alkohol. Nichts, was Spaß macht. Oder auch nicht Spaß macht, kommt drauf an. Ähm. Tja. Ich könnte noch ein paar Arbeiter gebrauchen hier, aber es sind ja keine mehr da, ne? Wo bist du eigentlich unterwegs? Ich seh dich hier gar nicht. Es ist so dicht besiedelt hier mit Bäumen. Ich hoffe mal, du machst deine Arbeit und liegst nicht auf der faulen Haut hier. Tja, da haben wir drum gewuselt. Was machst du eigentlich? Woodcutter. Und du? Du bist ein Hunter. Ah, hier, macht er jetzt Pause, oder was? Habe ich es nicht gerade gesagt? Jetzt gehen wir. Die haben dich abgesprochen. Ich weiß es ganz genau. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Ja, es läuft nicht so, wie ich das gerne hätte hier, muss ich sagen. Das steht da auch noch auf dem Berg rum und wird irgendwie nicht abgeholt, ne? Oh. Wowie. Da hatte ich einen Fruschenmalz. Hm, tja. Was ist jetzt, ähm, wie denn das ist? Der Schubkarren-Simulator, oder was hier? Kann ich Schubkarren-Lude zugucken? Wer bist denn du überhaupt? Du bist... Kein Stockball. Wo ist er denn? Da. Alejandra? Ah, äh, äh. Äh, ich hab keine Ahnung. Tja, da ist nicht viel. Nicht viel, nicht viel los. Ne, ich muss mal schauen. Das, äh, gefällt mir so nicht, muss ich zugeben. Das macht nicht so Spaß, wie ich mir das gerade vorstelle. Vor allem, weil mir die ganzen Arbeiter hier gestorben sind. Und das alles ein bisschen träge läuft und ich alles so zusammen schustern muss. Ich muss mal schauen. Entweder, ähm, jetzt seht ihr nach noch weitere Episoden. Dann fang ich wahrscheinlich von vorne an. Oder ich mach jetzt mal Stopp und muss noch mal schauen, ob ich da noch mal was Neues anfange. Ähm, müssen wir schauen. Ich würd's sagen, macht's gut, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.